Na gut, und, äh, äh, das Ding war halt auch, äh, ich wurde halt die letzten Wochen halt sehr, sehr oft gefragt, so, äh, Jonas, warum kommt kein YouTube-Video mehr, warum kommt kein YouTube-Video mehr? Äh, der einzige Grund ist, ich hab kein Geld, um den PC zu kaufen, das ist, äh, der einzige Grund. So, also, kein, kein, kein PC zu kaufen, ich hab kein Geld, um den PC zu kaufen, der gut genug ist. Äh, das ist der ganz einfache, das ist ein ganz einfacher Grund.